Mit dem Tongemälde Das große Tor zu Kiew aus dem Klavierzyklus Bilder einer Ausstellung möchten wir für einen kleinen Augenblick den Glanz und die Würde des alten Kiews zum Ausdruck bringen sowie dieses starke Symbol einer christlichen Einheit der slawischen Völker hervorheben. Nach dem dramatischen Teil in der Mitte, welcher mit einer unaufhaltsamen Bedrohung vergleichbar ist, durchdringen Kirchenglocken in ihrer majestätischen Vollkommenheit den Nebelschleier des Grauens und läuten in einem grandiosen Finale die unzerstörbare Hoffnung auf Frieden ein. Die Verbindung dreier Kunstwerke, das Tor, das Gemälde und die Komposition ist eine alle Nationen überspannende Hilfsbrücke, die eine Zusammenführung der Menschen ermöglicht, so denn alle dazu bereit sind, sich tief im Herzen an die gemeinsame, grenzüberschreitende Kultur zu erinnern, welche von allen zu beschützen und zu bewahren ist. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020